Ja, North Face unterstützt natürlich einige Expeditionen. Da freue ich mich natürlich sehr darauf, da bei der einen oder anderen dabei zu sein. Auf der anderen Seite aber ist es natürlich auch Produktzusammenarbeit. Also wir wollen schon schauen, dass wir da die Produkte von jetzt, von der Summit Series vor allem, weiterentwickeln und schauen, dass wir da nochmal das Ganze einen Schritt nach vorne bringen. Wir werden heuer im Frühjahr voraussichtlich nach Alaska ziehen. Plan auch eventuell in Chamonix einmal einen Monat zu verbringen, um da auf den Berg zu steigen. Und dann im Herbst nochmal eine große Expedition nach Nepal zu machen. Die ISPO ist sicher eine super Plattform für einen regen Austausch. Man trifft sich da einfach einmal als Jahr, kommt wirklich zusammen, trifft sich und kann sich auch gegenseitig in die Augen schauen. Und ist nicht immer nur über E-Mails oder Telefonate miteinander verbunden. Und ich glaube, das bringt schon sehr viele Vorteile mit sich.